So, komm mal her, ich geb dir den Setsch wieder. Haben wir hier eigentlich in der Nähe irgendwo einen Spot, wo es Kristalle gibt? Setsch hat er geklaut. Hattest du das jetzt auf dem letzten Spot liegen? Ich hab nämlich gerade bei mir, wo ich jetzt gerade am Baum bin, da ist nur haufenweise Stein und Eisen. Aber ich hab keine Kristalle dabei. Ich wollte auch mal Kristalle fahren. Ähm, nein. Ich glaub aber nur, wenn sie mit nach Bern sind. Wenn der nicht so weit weg ist, wenn das hier in der Nähe irgendwo ist? Ähm, auf der Insel waren doch welche. Nimmst du mich mit, oder? Was denn? Yes! Soll ich dir einen Spot zeigen, wo du viele Kristalle kriegst? Oh, mit Helena geht's relativ schnell. Wer ist Helena? Oh, die sieht auch gut aus. Da muss ich auf jeden Fall auch mal einchecken. Ach, mal sehen, wie schnell ihr seid. Okay, ihr seid zu schnell. Das ist ein 300er-Glauber. 300er-Petri. Also, der ist ein bisschen schnell. Hier oben ist übrigens unser Klippenhotel. Da. Omni ist nie richtig fertig mit dem Einrichten. Und wenn sie fertig ist, dann reist sie es wieder ab und baut ein neues Hotel. Wie viel kostet die, na? Na ja, wenn du dich bei mir anmeldest, kannst du einchecken. Da ist ein übelst krasser Weihnachtsbaum. Immer dann, wenn ich da bin. Das sieht auch total geil aus. Aber es ist noch nicht fertig eingesehen. Ein riesengroßer Weihnachtsbaum. Hier haben wir einen Eisen. So, eine Hütte? Nee, nee. Ich wollte schon gerade sagen, ich baue mir gerade eine neue Hütte. Ich baue gerade Minas Tirith nach. Ja, so. Ja, den kann man auch gleich anfliegen, wenn du magst. Wenn Senna, glaube ich, gerade erst mitgekriegt, dass er einen Spiegel gewonnen hat. Ich gehe es ja durch das Licht. Ich glaube, er hat sich das mitgekriegt. Auch süß. Volcano Xmas. Nehmen wir. Ne, war süß. So, da ist er auch schon ein paar Kristalle. Ja, ich habe hier Super Bullet Energy. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Grapefruit. Jung, ein... Äh... Immer rechts. Rechts, rechts. Machen wir jetzt auch mal den Energy auf. Ich sage, äh, warte. Äh, Crazy Wolf. So, welche Ecke sitzt er? Rechts, links, geradeaus. So, Mutter, wir werden mal ein bisschen Platz machen noch hier wieder. Fallen lassen, das brauchen wir nicht. Also bis 560? Dann... Probier mal, ob du mich noch hochkriegst. Wo seid ihr denn? Und geht noch? Ne, dann ist gut. Dann lass wieder abbauen, das reicht. Also bis 560 habe ich, glaube ich, das reicht erst mal. Das reicht erst mal voll und ganz. Da kann ich mir ein Scope von machen. Ich kann den Fabricator bauen. Bis 560, genau. Ich habe jetzt 580. Und wenn ich ein bisschen Öl nachher noch habe, das passt. Das ist super. Dankeschön. Das ist, glaube ich, der Vulkan. Das ist perfekt. Ja, ist auch kein Demo. Ja, aber... Lass dir Zeit, genießen wir die Aussicht. Und dann was? Welches Rollding. Mhm. Ach, du meinst... Du sagst bloß jetzt ein bisschen langsam, macht aber nichts. Jetzt weiß ich mal, was du meinst. Dieses Rollding. Du hast auch so ein Rollding. Ich habe schon gedacht, du hast ein Auto gefunden. Du hast auch dieses Rollding haben. So eins. Hier ist nämlich noch eins. Vor deiner Hütte. Na, komm schon zu sein. Bei 100 Zucker. Muss bloß aufpassen, weil... Ich glaube, das Einzige, was du hier nicht gebrauchen kannst, ist, glaube ich, ein Auto. Obwohl ich mal gespannt bin, was nächstes Jahr mit dem komischen Tech-Tier noch alles reinkommt. Ja, komm, ich schenke dir einen aus. Ja, ob der jetzt wirklich noch reinkommt, äh, da, äh, ja... Welches ist das? Da streiten sich die Geister, ja. Der eine sagt, der kommt noch rein, der andere sagt, der kommt nicht rein. Äh, Wildcard hat sie den ja reingepackt, damit die Modder damit rumspielen können, um zu testen. Deswegen... Normal kann ich mir nicht vorstellen, dass die keine Ahnung reinpielen. Ähm, beinahe. Warum hätten sie den Moddern das Ding sonst irgendwie zur Verfügung stellen sollen, ja? Deswegen, ja, also ich gehe mal davon aus, irgendwas wird da noch kommen. Ich gehe auch mal ganz stark davon aus, dass das nicht die letzten Maps gewesen sein werden. Der hat mir auch mal die Physik dafür verbessert, oder? Ja, die haben sie wirklich gut hingekriegt. Wenn es sicherlich noch kommen. Ja, die Volcano-Map, das ist doch... Ach, ne, die Ragnarok, das ist die neue von dem Valhalla-Entwickler, ja? Ich weiß nicht, die Valhalla sollten sie auf jeden Fall... Die sollten sich mit dem mal in Verbindung setzen, mit dem Kerl, weil der ist echt irre. Ich würde das nicht als offizieller dazu nehmen. Da darf ihnen Geld durch die Lappen gehen. Ne, die hier... Äh, die weiß ich gar nicht. Also der, der Valhalla gemacht hat, der macht jetzt gerade die Ragnarok. Ich glaube, ja. Das ist ein Deutscher? Okay. Ich habe gar nicht gewusst, dass wir so gute deutsche Modder haben. Hat der von Valhalla diese Map hier gemacht? Irre. Echt nicht schlecht? Äh, der, der was... Ja, aber ich sage mal ganz ehrlich, die Valhalla-Map, die sollten sie eigentlich mit ins Hauptspiel mit aufnehmen. Das ist ein Deutscher, ja. Weil die ist wirklich... Die hat bis jetzt am meisten Spaß gemacht. Wann hat er die wirklich? Ey, auch Deutschland muss was Gutes haben. Ach, da kommt ein Geflogen. Ist eigentlich vollkommen egal. Hauptsache, du gibst mir das Ei nicht in der Hand. Dann ist alles okay. Also, nur das Ei weg. Weil wenn ich das in der Hand habe, ist es gleich wieder weg. Und es liegt dann nicht auf der Erde. Zwischen Feuerwüffert Level 40, Blitzwüffern Level 24 und Blitzwüffern Level 24. Nackback rennt mit seinem Affen rum. Oh Gott. Ich bin gern das andere rum. Messen. Jetzt kommt es gleich wieder. Guckt noch ein bisschen rum, ob ich noch ein Nest finde. Ben, du musst aufpassen. Äh, ja, das ist gerade meine Intro-Mucke gewesen. Ja, ein Stück davon. Ja. Ja, mit seinem Gantopetikus. Äh, wa? Ja. Und das Ding ist... Ach, du meinst ein Dödi? Das Ding ist schnell. Wenn ich mich jetzt erschreck, dann... Äh, warte, hab ich... Und da ist noch ein Ei gespawnt. Was denn? Ähm. Ähm. Ben. Das ist akzeptabel. Das Ding, das du... ...hier haben kannst, wenn du's willst. Natürlich. Der Dikurus. Ist ja... Ist er flitzen gegangen? Ja. Ähm. Ich hab nur keine... Ja, mit dem kannst du super Stein farben. Oh. Ben, 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 Ben. Und vor Ort geschwächt müsste ich schon haben. Ein 136er Blitz liefern. Ja, der kann aber auch sauer werden. Das ist akzeptabel. Am besten ist wir... Ah, genau. Wir locken immer wieder so ein bisschen zurück. Die war zu fast schon abonniert. Äh, der rennt über den Stein. Warte, da ist noch mal ein Nest. Vielleicht ist da noch ein höherer da. Ja. Deswegen hab ich ja ein... So, guck mal schön zu Papa, komm. Nicht wieder wegrennen. Ne, 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 mein Freund. Das ist doch wohl jetzt nicht dein Ernst, ne? Das ist doch eigentlich die gute Taktik. Ähm, wenn er dich schon folgt, dann... Okay, da ist noch ein Feuerbüffern-Ei. Komm. Das ist. Glaub an dich. Na, kippt er jetzt mal bald? Es... Mahlzeit. Ben, leg dich hin. Ja. Ich hab ihn an den Stein getrieben. Jetzt hab ich ihn wieder. Jetzt ist er wieder getriggert. Hier kommst du nicht durch. Hey. Oh, und ich steh alle Mauer. Ich glaub's nicht. Nee. Ich hab knapp das höchste Level... Äh, das höchste Level-Ei gefunden. Ach, jetzt rennt er wieder. Ja. Heute wollen sie irgendwie nicht, weiß ich nicht. Ich schläuscht. Alter, das... Heute wollen sie nicht. Ja, da war der Sterne weg. Den hätte er ja gleich wegklappen können. So, ich komm wieder. Ja, siehst du nicht. Die können doch genauso hoch vom Level spawnen, wie jetzt, äh, die Dinos auch, äh, normal rumlaufen, oder nicht? Ja, gut, das kommt natürlich auch immer darauf an, wie die Server eingestellt sind, ja? Ja, ich hab gar nicht gewusst, dass denn die Eier so hoch spawnen können vom Level. Ein Level... Ja, hier. Ja, aber, aber ein Level 304er. Ja, wir haben noch Schatten von Ambonds gefunden. Welches? Boah, der Hilde war ganz schön was aus, der Kleine, du. Und die V5 können sowieso höher werden. Ja. Also, die sind eh die Spornhöhle im Level, deswegen... Ja, bis jetzt hab ich halt immer bloß so 224er, 230er gefunden. Oder so Lowbox, Lowbox-15er und so. Jetzt ist es 200. Ben nutzt ja auch bloß die, äh, normalen... Du haust doch... Sag mal, ey, warum haut der immer an der Stelle ab? Gefällt dem irgendwie der Stein, oder was? Sauber. Er hat sich zusammengerollt. So fast müssen wir gleich mit was draufhauen. Er ist ne Kugel. Er hat sich zusammengerollt. Und ich hab jetzt auch keine Pfeile mehr, ich kann nix mehr machen. Super, jetzt hab ich wieder ganz... Achso, äh, liegt der jetzt? Ne, das wird nix mehr, da hat's recht. Schüsser. Voll das Schüsser. Ganz schlechte Idee. Dieser kleine, ranzige... Also, ganz schlechte Idee. Ist ja nicht wahr. Ist ja nicht wahr. Ich weiß, wo ich mit meinen Strahl hinziehe. Gleich holt er uns runter. Ähm, wirst du ne Keule haben? Äh... Will jemand Prime-Eat? Ja, die muss ich auch noch... Ich weiß gar nicht, wie viel Engram-Points ich noch hab. Ich muss auch mal noch was Neues lernen. Ich hab nur noch elf. Äh... Wir da bleiben können, wenigstens. Ryan... Er wollte den jetzt filmen, oder wie? Ja. Hat jemand von euch ne Langecken? Äh... Ich weiß gar nicht, was du mit den ganzen Mods, die noch auf dem Server drauf sind... Aber mit normaler Muniz und keine Betäubung. Was warst du, du hier? Prime-Eat. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja... Von ein paar Büfern. Ähm... Also... Ja... Einmal reinschauen, was... Ach... Ich werd geländet. Das ist ein Kandon-Wallkuchen. Das ist nicht geil. Oh, nicht schlecht. Da findet mich mal einer. Ey, wo ist meine Büfern denn? Olli? Ihr müsst mich mal suchen in diesem Haufen. Und wie fliegt sich meine Büfern? Boah, wenn du schon alleine siehst, wie viele Werkbänke es hier jetzt noch gibt, ey. Zwei Werkbänke noch, ein kompletter Fabricator, den ich noch machen kann. Ähm... Ja, durch die ganzen Mods jetzt noch dabei. Hast du die Steckdose mitgenommen? So sieht's jetzt in... So sieht's in der Lämmschiff aus. Das ist Katlin-Wallkuchen. So gut. Deshalb. Ja. Oh, alles klar. Gut zu wissen. Ja. 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 Der Fabricatorfahrt 2 ist um einiges schneller. Du scheiße. Du scheiße. Wenn man reinguckt, der PC nicht abschmiert. Das ist schon was passiert. Ich hatte letztes Mal ein 20 Minuten Standbild und bin dann getimeoutet. Ja und vor allem, wenn du das hast und du reißt dann den Fabricator ab und guckst in dieses Päckchen, dann passiert dasselbe. Ähm... Nein, das ist wenn zu viel drin ist. Ah, wenn du zu schnell arbeitest, kann das dann auch passieren? Ja, dann wird einfach dein Arbeitsplatz überlastet. Liegt hier rum. Das liegt ja nicht am Server. Auch 32 Gigabyte? Denke ich, na okay doch, das müsste eigentlich nicht gehen. Ich sag ja, wenn du willst, ruhte aus, nur gib es mir bitte nicht in die Hand. Nachher esse ich es wieder und dann... Ich glaube dann lynchen mich die Leute. Ich hab gerade echt gedacht, das hast du jetzt nicht wirklich gemacht. Ich hab noch in meinem Glück von dem 224 geblitzt wie von Ei. Ehrlich ey. Äh, der Typikus ist wieder ausgerollt. Ich bin wieder normal. Hallo. Hast du das Unmögliche heute geschafft. Zwei Eier gegessen. Das hab ich mir um so zu Hause gedacht. Jetzt klick nicht auf benutzen. Die anderen finden es dafür lustig. Also etwas... Vor allem das wäre nicht gegangen, weil äh... der Brutkast noch immer ausgeschalten ist. Ich bin grad daheim und hol äh... Wer ist denn da jetzt neu alles reingekommen? Ich hab grad so das ITS-Fenster nicht auf. Hallo. Hallo Dolly. Echt? Nacktbag. Oh, Nacktbag ist da. Nacktbag ist da. Ich hab ein Drachenei gegessen. Gut, ne? Hallo. Ja, ich hab das schon gemerkt. Ich hab schon ganz dicken Bauch gekriegt, alter. Hallo. Geht gar nicht, ey. Dolly. Nacktbag. Und Falke. Ja, ne? Lecker, oder? Wir haben herzlich drüber gelacht. Boah, Macker, dein Affe hat nen... Der hat nen Predator-Helm auf. 20 Kilo. Das hab ich ja noch nie gesehen, ey. Ich hab noch ein paar, wenn du das wiederholen musst. Ja, ich... Ich komm auch mit... Ah, guck mal. Dolly hat sich's im Nestgebild gemacht. Aber der sieht echt... Der sieht echt nice aus. Ja, das ist das einzige was... Monströs. Boah, Level 689. Vielleicht wissen ich dir nur nicht... Die Predators sind alle Affen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Es würde noch nichts bewiesen. 2K? Oh, das werden wir nicht rausfinden. Boah, das ist ein schöner. Wir stehen die gerade alle am Strand rum. Ja. Ähm... Ne, wir gucken... Dolly beim Schlafen zu... Und, äh... Hey. Also wird es nicht mehr. Ja, ich hab die 2K erreicht, endlich. Hier geht grad in Dolly irgendwie ein bisschen steil, aber... Das ist der von Goodlock. Was macht ihr hier eigentlich? Achtung, Raptor. So. Oh, Kampfmusik. Kampfbilder. Äh... Alter, wie soll ich so... Ich ruhe mich da aus. Ey, ich stell jetzt erstmal meine Auflösung runter. Andere Seite. Ah, da. So. Der sollte den mal lieber abpfeifen. Okay. Mach ich schon. Oh, das ist nett von dir. Ben, kommst du mal bitte kurz zu mir? Hier, hier, hier. Stopp. Andersrum. Andere Seite. Das Ei, da üben wir jetzt. Ich leide hier. Ach, Mann. Ja, okay. Ich hab's. Oh, die sind gut. Mach der denn da? Hätt's ihm noch eine Rote geben können. So, ich steh jetzt drauf, ne? Und ich hab auch noch mal was für dich. Äh, das Ei. Äh, da üben wir jetzt. Achso, okay. Hinter dir. So, und jetzt nimmst du jetzt auf. Und dann? Dann, äh, auf, in dein Inventar draufklicken und droppen. Wahnsinn, ich hab's nicht gegessen nochmal. Ne, brüten brauchen wir das nicht. Das ist ein Level 40er. Das kannst du dann nachessen. Das wär's jetzt gewesen, ey. Alle schauen zu. Aber jetzt erstmal testen, weil ich hab bloß noch ein Level 224er Ei dabei. Bravo. Das soll jetzt draufgelegt werden? Wow. Jetzt wird's ernst. So. Hätte ich fast auf Yous iPhone gedrückt, ey. Jetzt wird's ernst. So. Nimm dir das Ei. Das ist ja noch ein Ei. Dankeschön, danke, 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 danke. Wo bist du? Wie? Du hast das gar nicht gegessen, Mann. Wo? Da. Das soll jetzt draufgelegt werden und das brütest du jetzt dann aus. Drop. Ja. Hier ist nicht Yous item. Ja. Na super. Wie lang, Mann. Wo? Oh, die Brühzeit geht aber, ja? Wo ist denn Alpharapi? Hier. Oh. Katsache. Ich kämpfe nicht gegen die Pisten. Ich trau mich nicht zu schießen. Das ist nur was anderes. Dann muss nur nachher einer bei mir in den Stamm wieder rein, dass der dann weitermachen kann, ja? Äh, ja. Nicht, dass das dann... Ja, das schlüft. Nicht, dass das arme Baby dann doch hops geht. Dann hätte ich's mal fressen können. Oh, lass doch auch mal die anderen. Ach so, okay. Ja, das sieht so aus, dass ob der Hilfe braucht. Pixel voll schlecht, der kann doch nicht mal ein Ei essen. Ja, das kann ich dann machen. Ne, hör mal. Also, ich hab mein Drachenei für heute gegessen, reicht. Ist okay. Äh, am besten... Am besten... Ab mal ein Führer. Ähm... Ein Futtertruck. Dein A klemmt? Oh, fuck. Äh... So, und wer wollte jetzt ein Ei essen? Ich hab noch ein paar dabei. Ja, Ben. Ja, mehr als Ei, sie sind gesund. Rüelock, du wolltest ein Ei essen? Ich hab gerade... Ne, aber ist ein schönes Ei, muss ich sagen. Ne, aber ist ein schönes Ei, muss ich sagen. Ne, ne, der sieht nicht lecker aus. Ne, ne. Schade, wenn der weg wäre. Schade, wenn der weg wäre. Kann alles im Streamen... Ja, schade, wenn der weg kommt und weg. Hat keiner gesehen, Nackpac, nimm mit. Ey, der Dieb ist nicht lecker aus. Nein. Meine Güte, bin ich um... Ich wollte meine Auflösung wieder umsetzen und ich bin Exit-to-Main-Menü gegangen. Wie geil, ey. Oh, schöne Ausrüstung hast du da. Wär schade, wenn die weg kommt, wa? Ja, okay, die kommt nicht. Froschee. Du hast eine rote Zuckerstange? Ich brauch das nicht. Äh, ja, ich hab... Aber die Brutzeit, die geht echt hin. Er hat einfach eingeschossen, ey. Deswegen, oh, sorry. Haben wir jetzt eigentlich noch genug Milch, oder ist die schon despawned? Wo ist er, wo ist er? Hinter dir. Da wird an Leute kommen zu schießen. Mann, die Wüfern. Nein, 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 nein. Guck mal eben kurz nach, wie viel ich noch hab. Meine Wüfern wird draußen gehalten, ne? 4, 8, 12, 16, 20, 24. Geht die weg, mach ich euch alle klein. Dann geh ich ab auf hier. Äh, wenn die im Kühlschrank liegt, wäre die lange. Die Milch, was du da hast, müsste reichen, wenn nicht... Viel Spaß. Ich hab vorher noch eine Alphabyfone gefüllt, also ich hab noch 50 Alper schlecht. Lass Ben mal versuchen, ich hab die sogar schon getrunken. Ich glaub das noch... Ja, ich weiß, ich weiß auch nicht, was das dann für eine... Warum lachst du so? Äh, was für einen Effekt hat... Da ist Pixel glatt mein Ei aus der Hose gefallen. Was zum... Geil, mach ich nicht mehr. Ja, mach ich mal versuchen. Oh, Dolly, was tust du da? Ähm... Oh, Dolly, was hast du denn da eingebunden? Ne, ich hab auch mal eine... Ich hab dann so ne blaue... Boah, das sieht hart aus. Ja. Gegen Feuer ist... Ich glaub das... Dolly, ganz ehrlich, du solltest ein bisschen weniger LW spielen. Du bist sehr aggressiv in letzter Zeit. Und... Nicht schön. Meinst du Dolly oder die Feitsche? Die hat einen Mann gefunden, mit dem sie machen kann, was sie will. Das ist gemein. So, ich denk mal, weil das... Müsste jetzt normalerweise gleich schlüpfen, ja? Hab ich noch nie... Hab ich ehrlich gesagt noch nie gesehen, wie das bis zum Beispiel... Oh, da ist er. Zwillinge?! Und was jetzt?! Nee, die Peitsche. Dolly mit der Peitsche. Ja. Du brauch Peitschen wie nicht. Heftig! Und ich bin mittendrin. Ich bin Baba geworden! Zwillinge, Drillinge, oh Gott! Drillinge, Drillinge! Was muss ich denn jetzt noch machen? Los! In meinen Drachen sind noch 50 Milch drin, ne? Da hab ich auch eins, same. Komm, da ist noch eins, hier! Drei Stück! Rennen, schnell! What the hell? Schnell! In einer Stunde fünf Minuten braucht er Zuwendung. Und ich sag noch, es wäre wirklich, wenn's Drillinge sind. Boah, das ist geil! Und was ist mit der Milch jetzt? Wie machst du das? Packst du die jetzt einfach rein? Oder brauchst du auch so ne bestimmte Zeit? In meinen Drachen sind 50 Milch noch drin. Ah, das ist wunderbar. Das sind ja auch mal viele. Und in meinen Kühlschrank sind auch noch 150. Warte, da hole ich mal eben Milch. Und nem Futternamen. Ja. Da musst du mit den Kuscheln oder so. Da musst du mit den Kuscheln oder so. Ich brauch' die ungefähr. Also jede Stunde etwa, musst du einmal ran. Ins Inventar legen. Einfach ins Inventar legen. Und nicht Remote-Use-Item machen. Ja. Eine ins Inventar, das reicht völlig. Normalerweise fressen die noch nicht mal eine Milch, bis die aus dem Baby raus sind. Oh, Dicker, kannst du mich jetzt mal da rauslassen? Das ist ja jetzt, wohin ich war. Kann mir jemand einen mit, ähm, Ghost ziehen? So, wer braucht den? Ist hier alles Milch? Ich weiß nicht. So, ich hoffe, von meinem, äh, Feuertrachenei Level 304 kommen auch mehr raus. Und ich hoffe, der wird schwarz. Lass mal Milch fallen. So, das ist meiner gewesen, ja? Und jetzt... Jetzt müssen wir aufpassen auf die Umgebung. Warum mich betäubt? Äh, ich glaub' alles. So, ich hab' jetzt einmal Milch reingepackt, ho? Alle drei im Prinzip. Sind das alles T-Mails? Ich hab' ein Mail. Freilandhaltung. Oh, gut. Da hab' ich ja mal ein gutes Ei gebraucht, ne? Äh, braucht noch einer Milch, hier liegt noch welche? Keine Ahnung. 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 Wie ist das dreifach Nequattel? Ja. Also, wir könnten aufhören. Ei of the Tiger. Eier aus Freihandhaltung. Eier aus Freihandhaltung. Der ist ja richtig putzig. Ist ja schon knuffig. Ist von glücklichen Dinos. Loli, hast du deine Peitsche dabei? Nee. Ich glaub' es braucht keiner mehr Milch. Eier von Potenten. Nee, mein, äh, 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 ich nehm' recht schnell irgendwie ab. Ne, 22, äh... Oh Gott, wie hieß das? Fortitude. 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 Ey! Meine Kleidung bleibt dran. Da bist du nackig, wa? Ich seh bloß, dass Dolly vor mir steht. David, wenn noch einer Milch übrig hat, ich würd auch welche nehmen. Wie sieht das jetzt aus? Der Rüttlock, weil ich glaub' ich noch einen trafen war. Schwarze und weiße Rüstung. Jetzt nicht mehr. Jetzt steht bloß mit dazu. Jetzt steht bloß mit dazu. Das... Was hast du? Ich glaub' ich wär's nicht schaffen, uns was rauszuziehen. Ich weiß bloß nicht, weil ich hab' den glaub' auf den hier drauf gekommen. Genau. Wenn dir das im Printing nicht so wichtig ist, dann würd ich den hier claimen. Also anklamen, und dann kannst du den gleich wieder claimen. Ja, also einen Futterdruck bauen, das ist doch kein Thema. Den kann man doch gleich eben machen. Ähm, aber ich glaub' ich weiß nicht, ob ich vier Stunden... Ist doch nur ein ganz normaler Futterdruck, oder nicht? Du brauchst ja eigentlich nur einen gekühlten Futterdruck. Schmeißt die Milch rein, und dann wird das von alleine groß. Achso! Im Printing, das kommt dann natürlich nie. Ähm, hat man einen gekühlten Futterdruck dann zufälligerweise? Den könnte man dir bestimmt bauen. Den könnte man dir bestimmt bauen. Hey, wenn ihr mich voll zuhören, ne? Und sowas wie der Zuneigung, ne? Also... Wann der? Aber schön, hast du richtig schön eisblau. Ne, ne, das ist die... das sind gemotteten Futterdruck. Ich lass' dir nicht, ich lass' dir nicht auslaufen. Also wie gesagt, die Zuneigung, das ist ja das im Printing-Grid-Clock, das würde dann wahrscheinlich gut gehen. Und dass mir hier keiner den Drachen isst. Sag's mal so, ich hab so ein Ding hier im Boot. Ist der halt normaler. Okay, der will erst dann groß werden, immer noch. Ihr könnt ja mal gucken, ob ihr eure Drachen hier so nähe stehen lassen wollt. Das denk ich mir. Du hast den bloß nicht imprinted. Oder frag Ben, der kümmert sich gut. Ich tu' den jetzt erstmal an-claimen, ne? Du claimst ihn gleich. So. Du musst aufpassen, hier war grad noch ein Alpha-Rappi. Ich würd' den mal irgendwie einbauen oder so. Ja, das wär' super, wenn einer in der Stunde dann übernehmen könnte. Das wär' klasse. Genau. Damit die ganze Arbeit nicht... Oder du musst halt dabei bleiben und alle zwei Stunden... Ich glaub' schon 10 Uhr, ja? Voila. Das geht leider nicht, ich muss auch irgendwann mal schlafen. Ja, das ist das Problem. Die Heldschworte muss, glaub' ich, zwei Stunden oder so. Ich kann für Ben, für Ben kann ich imprinten. Dann kann ich wieder, äh, ne Zeitlang in sein Tribe rein. Könnt' ich machen. Ja, da... Ist ich schon 2? Ist schon 22 Uhr. Ja, das könnte ich dann machen. Ähm. Ja, ist schon 10 Uhr. Oder würdest du auch zwei wandeln können? Dann würde... Äh, über Allianzen geht das nicht. Ja, also, ähm, wenn ich den nochmal einem anklämen und rate, der so lang bei... Das würde gehen, theoretisch. Wenn du das Ding claimst und den nochmal mit groß ziehst. Ähm, ich weiß nicht, ob das Printing auf mich gemacht wird. Das Printing ist, ist nicht, weil... Ja, aber ich sag mal ganz ehrlich, ist das Imprinten unbedingt jetzt so extrem wichtig? Es wäre, er würde halt mit groß werden und ich glaube, darauf kommt's an. Ich glaube, der, der EG drückt hat, auf dem wird dann imprintet, oder? Äh, Dolly, ich soll dir von Ben Sam schöne Grüße vorstellen. Und dann hat sie das bekommen. Das stimmt. Ausgerichtet. Äh, der ist schneller, hat mir Aufsatz, macht mir Schaden. Kann mir Schaden rausdecken. Dann müsstest du den aber erst an... äh, dann müsstest du den erst loslassen. Ja, du hast aber sowieso schon in hohen Drachen, also insofern. Hab ich. Hast du schon ne Milch reingepackt? Weiß ich für Ben. Ach, jede Menge sogar. Ja, ist das krass. Ich bin eine Zuckerstange. Ben, kannst du den auch noch claimen? Jolly. Jolly. Achtung. Kann ich meine Zuckerstange bitte... Ist das jetzt hier grade Messe? Ähm, Achtung. Ey, das hört sich ja an, ey. Massives Drachenthemen hier. Überall. Ich geb dir da noch was dazu. Äh, da ist sogar noch drin. Ähm, schau mal neben dir. Da ist noch mal was. Im Angebot hätte ich noch ein 136er, 24er und 24er Blitzpüfe an. Zum Essen. Ich bin aber so, Drachen-Großziehen ist auch eher so Streamarbeit, weil vier Stunden da hängst ein paar Folgen dran. Äh, da kannst du ja Karten... Wir haben hier 100%, wir können hier ein Windrad hinstellen. Oder halt ausdrücken. Und dann wäre er wenigstens in der Zeit bei jemandem, der sich strumpfümmert. Ja, oder so. Oder so ne Fake-Steckdose, alles klar, geht auch. Ne, ich sag grad nur, weil wir haben hier 100%, hier könntest du ja auch ein Windrad hinstellen. Das würde auch funktionieren. Ähm... Aber ich denk mal, die Fake-Steckdose ist jetzt um einiges... Was zum Geier war das jetzt? Steckdose dabei. Okay. Ja, aber ich hab ne Steckdose dabei, die was unendlich Strom bietet. Ach, wir sind doch nur ein bisschen langsam. Ähm... Ja, das ist so ein kleiner Fakt. Das sieht immer total geil aus, ey. Ach, lieber die Fake-Steckdose. Ähm... Das war die Limantria. Das war eine. Ich würd da nicht unbedingt reingehen. Oh, voll auf mein Tier. Ja. Ich wollt grad darauf, dass sich das verzieht. Was? Ähm... Äh, was wollt ich haben? Ja. Hier deine Zuckerstange. Oh, ja. Ha! Nur einmal drangelegt. Mehrmals. Mehrmals. Wurst du mal meine Muscheln an? Hier ist noch ein 200% Trikuss. Wer wollt den haben? Willst du noch mal lecken? Ne, jetzt nicht mehr. Nehm meine Zuckerstange. Ich glaub eigentlich, wenn wollt den haben. Wenn? Wann wird der Zuckerstangelecken? Ja, das wär jetzt nichts für kleine Kinder. Das stimmt. Jetzt. Ich wollt's grad sagen, ich glaub die Leute, die jetzt da sind und um die Uhrzeit ist das glaub ich vollkommen in Ordnung. Ich hab da noch was vorbereitet. Ich hab da noch was vorbereitet. Aber ist jetzt grad das erste... Ja. Ja. Ja, wir sind jetzt schon, äh, 10 Uhr. Oh. Jetzt ist der FSK 18. Jetzt könnte ich mein Gedicht aufladen. Weißt du, ich hab wenigstens nur ein... Drachenei gegessen. Ja, ich hab nur ein Drachenei gegessen, aber... Äh... Weiß nicht, ob sie es wussten. Das war auch. Weitchen sind blau. Mädchen seid habt... Nee. Nee. Gott ey. Auch noch versaut. Äh... Nee, aber ich... Also ich hab auf jeden Fall gesagt, wenn wirklich nur ein Drachenei habt dann noch. Das ist... Weißt du, das ist der Cholesterinspiegel. Der geht ja so in die Höhe. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Das ist so schön hart, ja. Warte. Willst du noch eins essen? Dolly kannst du... Du bist aber so giftig hier. Also ich wollte noch eins essen. Herr Doktor, ich weiß gar nicht, was los ist. Ich steh jeden Morgen auf und hab Hals. Hab ich noch eins versehen? Ja, das ist ungesund. Ja, ich hab in letzter Zeit auch viel Gift-Wüfern-Eier gegessen. Ein Ei-Bot-Buddy-Wir-Tio-Town. Es geht ein bisschen auf die Lieder. Ja. Springt der im Level jetzt eigentlich nochmal nach oben, wenn der erwachsen ist? Lecker, lecker, lecker Ei. Ach ja. Der bleibt ja 224, als ob das nicht reichen würde, ey. Okay, das war locker. Acht? Acht, ja. Also meiner hat acht gefressen. Heftig, ey. Heftig. Ich dachte, ich hätte jetzt noch fünf gefressen. Nee, nee, acht. Du darfst jetzt nicht die fünf von das abnehmen, die er ihm reingedrückt hat. Ja, die hat er ihm reingedrückt. Ich hab noch, ich hab noch ein paar Darts und ein Gewehr, wenn einer braucht. Das hab ich grad von... Nein, nein, der bleibt auf dem Level. Ja, du kannst jetzt aber um die 300 Level noch... Ah, cool. Hast du ein Darts dabei? Äh, nein, leider nicht. Ich hab auch keinen Longneck mit. Ich hab ne Longneck dabei. Okay, ich brauch definitiv auch ein Zwischen. Ich hätte es echt nicht gedacht, aber man muss... Ben hat von mir... Ben hat von mir... Ben hat von mir... Ben hat von mir... So viel kannst du gar nicht aufmachen auf einem Bildschirm. Weißt du, oder es ist alles so winzig, dass er kaum noch was erkennen kann. Hast du schon zwei? Ja, und ich hab auf dem anderen Bildschirm noch OBS auf. Ich hab den Media Player noch auf. Ja. Und ich hab den Chat nochmal komplett offen. Äh, ja, warte. Äh, nur die Darts oder auch das Gewehr? Ja. Also ich hab grad, äh, dein Stream und TeamSpeak so auf... Äh, auf dem anderen Bildschirm. Ja. Feeding through. Wo stellen wir den denn erstmal hin? Hoffentlich. Äh, Ben kannst du mir die... Äh, Darts geben? Bitte. Äh, so. Nimm mal die Darts. Nur die Darts. Äh, wir haben etwas besseres Gewehr. Ben. Einmal bitte. Ne, die kann ich auch für Foundation nicht setzen, nein. Da war der gut. Ups, das ist vollständig. Äh, am besten auf die Foundation da, weil da ist die Steckgröße. Wolltest du gerade sagen. Ihr müsst, äh, Strom bieten. Daneben. Ach Gott. Ah, okay, Boxen. Auch plus 16. Ah, der liegt gut. Ja. Wenn der Darts dann irgendwann fertig ist... Kannst du die überhaupt setzen? Weil das ist meine Foundation grad. Äh, nee, dann blockiert die Foundation. Warte, gib die mir mal, dann, äh, dann setz ich die hin. Äh, Dracul, leg mal die Lomelig bitte in den Darts rein. Naja, wir müssen ja die Darts setzen, oder? Dann überhaupt raus. Ich wollt's grad sagen, wo man so... Wenn, weil es doch von dem anderen Treib ist. Weil das in die UC ist, du brauchst ne normale. Echt? Oh. Dann nehmen wir wenigstens... Warte, nimm mal hier... Warte, warte, ich muss kürzen meine... Nimm mal hier das Dabletbett runter und setz sie mal da drauf. Wollt ihr die Drachen hier stehen lassen? Normal hinter einem herlaufen, tun die doch, oder nicht? Na, günstiger wär's eigentlich, wenn sie irgendwo reinkommt. Eben. Weil, wie gesagt, hier rennen Allos rum, hier rennen Alphas rum... Ja, stimmt, in der Höhle, wo ich jetzt drin bin, da spawnen. Also, da ist bis jetzt noch nichts gewesen, das spawnen nichts. Wenn ich ein bisschen umbaue kurz, dann können wir die, äh, oben draufziehen. Ja, dann müssten wir die jetzt nur irgendwie auf das Schiff draufkriegen. Ja. Das finde ich auch, ja. Du kannst sie auch nach Hause schaffen. Das wäre vielleicht sogar das Schlaueste, weil bei dir in der Tasche... Kommst du mit dem riesen Mottec in die Höhle rein? Ja, ja. Ah, du packst bei mich in die Höhle rum? Ich muss immer was von außen rein, aber das ist selten. So gut wie du. Ist aber echt ein geiler Spot, muss ich sagen. Find ich echt nicht schlecht. Dann zieh die ins Tor rein hier. Das schaffen die ja jetzt noch. Okay, dann nehme ich die Steckdose. Ja. Also, ähm. Natürlich. Ich habe das schon mal eine Weile da drin stehen gehabt. Das sieht ja cool aus hier drin. Ne, da war das noch meine Höhle. Da warst du noch gar nicht da. Ja. Wenn ich nicht schon den Tunnel gehabt hätte, wäre ich da eingezogen. Und laufen sie dir hinterher? Äh, wenn, dann, äh, noch das Hatching-Bed damit. Dann lass man keine unnötige Struktur, äh, äh, da lassen. Komm mit, du Drache. Dolly, hast du den auch mal irgendwo gesehen? Mh, nein. Ja, den Cooking-Pod, den nehmen wir auch mit. So, Befehl Folgen aktivieren. Jetzt müsst ihr doch noch mal hinter mir herrennen, oder nicht? Das ist einfach da, also. Äh, da wollen wir es enden. Müssen bloß schnell sein, bevor die zu groß werden. Ja. Also in der nächsten Schule, wenn die die ausgepackt haben, wieder. Zielentfernung niedrig. Ja. Du sollst die Entfernung vielleicht noch kurz stellen. Was komisch ist, er kommt nicht. Ach jo, der hat ja ... Ja, ne, der hat 588, kann er tragen. Der hat nur die Milch drin. Ich weiß nicht, warum der nicht kommt. Genau. Äh, der könnte überladen sein. Hast du was drin in dem? Der hat, also der hat 43, hat er jetzt. Ich meine, ich kann die Milch auch mal eben rauspacken, dann. Hm. Äh, wer ist jetzt so jung? Du musst in der Mitte gucken. Na, der kommt nicht. Im Inventar an sich musst du gucken. Ja, oben. Mal gucken, was der andere macht. Der ist ja jetzt auch. Ja, das ist das Maximum, was er tragen kann. Versuch mal. Äh, vielleicht was einfach nicht schmeckt genug. Ja, das kann nur sein. Der andere kommt aber auch nicht. Da stimmt irgendwas nicht. Aber leg da jetzt mal wieder die Milch rein. Ich hab jetzt hier Befehl folgen deaktivieren, also ist aktiviert. Sie müssten mir jetzt folgen. So lange ihr die fressen. Alle 30 Minuten. Sie tun's aber nicht. Oh. Und ob das jetzt Distanz kurz oder hoch wäre? Ich bin ja schon extrem weit weg gewesen und er hat nichts gemacht. Dann ist was faul. Den aber auf Folgen. So, machen wir Folgeabstand mal auf, ähm, auf niedrig, wo? So, was für eine Distanz? Wie viel Leben haben wir? Jetzt kommen da. Dann hab ich hier grad das Falsche genommen. Ja, warte mal. Wann sind die Göttingsinnung? Die Göttingsinnung? Höchste. Ich hab grade die Zielentfernung genommen. Deswegen ging das nicht. Ja, jetzt kommen sie. Wollte auch schon sagen, das kann doch nicht sein, dass die jetzt nicht mitkommen. Komm. Ja, ja. Auf den kleinsten. Komm, wir fahren nach Hause. Ach. Wie denn das? Komm, hopp, hopp. Wahrscheinlich auf hoch gestellt und dann kommt Ytrich oder so. Ah, das kann auch passieren. Ja. 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 Ne, nochmal nicht. So, warte mal. Den packen wir jetzt mal auf deaktivieren. Der kann jetzt drin bleiben. Wo ist der andere denn? Oh, da geht's sogar auf. Wo ist das Boot? Kommst du her? Kommst du her? Komm. Weißt du, einer muss immer Scheiße bauen, weißt du? Der Brache fliegt. Komm mal her, komm. Das blaue Schaf. Wo ist der andere? Komm rein, komm. Ähm. Ja, daneben, neben dem Tor. Ja, jetzt müsste es klappen. Komm. Oh, da. Der fliegt schon. Oh, da. Warte, dann lass mich eben raus, dann kann ich nämlich mein Schiff auch da hinfahren. Ja, das ist das schwarze Schaf. Ne, dunkelblaue Schaf. Das dunkelblaue Schaf in der Familie. Ah, da muss noch ein Stück gehen. Äh, kannst du machen, ja. Ja, noch ein Stück. Gut, jetzt kann man theoretisch zumachen. Eigentlich hätte ich. Naja, kommst du, kommst du. Eig- eigentlich hätten wir dies nicht in ein Schiff reinpacken müssen, weil die, äh, Höhle ist 50 Meter weiter. Ähm, ich komm bald hier mit, Ben. Ja, aber ihr könnt in jederzeit ein Alpha durch die Gegend rennen. Ben, ich komm bald hier mit. Warte mal kurz, Nuckback. Warte kurz, bitte. Ich hab mich nur, wie ich das Ding drauf bekommen. Ist ja jetzt nicht allzu weit. Wenn er jetzt nicht mitkommt. Ähm. Ich geh bei Ben mit. Ah, danke Dolly. Ich bin schon in der Höhle. Dolly, wo bist du? Nur eine Sache befürchte ich. Ah, okay. Ach, flug. Jetzt befürchte ich mich. Der Rikmus kommt noch nicht drauf. Oh. Oh. Ich hab dich hier mit. Abschãy 부�vate. Ich geh bei den Höhle. ich hier in der Ganeshante CyfBBbDB loopann. Ich hab dich auf Ф长 predigiert. Ich hab dich ja feast auf. Moin schrees warm.